Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder und... ach, warum? Was will er da von mir? Ist mir gerade nicht so klar. Was ist denn das? Wartet mal. Was ist das? Ach, du Scheiße. Ist da unten echt irgendwo ein Streiter? Ich könnte kotzen. Das ist nicht so nice. Ich weiß aber auch nicht, welches Level der hat. Aber ich finde, wir sollten jetzt erstmal hier gucken, was er uns hier anzeigen will. Das war's nicht. Das mit Sicherheit auch nicht. Das können wir nicht. Haben wir nicht die richtigen Charaktere für dabei? Ah. Okay. Jetzt ist die Frage. Gehen wir da runter? Können wir da runter? Es sieht so aus. Wartet mal eben. Ne, der ist unten. Ach kommt Leute, wir probieren das einmal. Wenn der zu krass ist, dann lasse ich es. Was ist da oben noch die Kiste? Weiß ich nicht. Komme ich hier in tiefer? Wir probieren das. Der andere war echt zu hart. Der war Level 25 und ich war glaube ich 14 oder 13 oder sowas. Ja Freunde, na dann. Der ist noch ein tiefer. Ja, blutend hilft uns nicht. Ach du verdammte Kacke. Ich speichere nochmal. Er sagt mir auch nicht. Er sagt mir auch nicht, was für ein Level der Vogel hat. Das finden wir jetzt heraus. Es gibt ein Problem. Ja. 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 Das war's für heute. Der ist noch nicht tot. Arschloch. Ich weiß. Ich muss mal den Fernkämpfer verabschieden. Autsch. Ja, ja, ist gut. Und danach gleich ein Bordkampf? Ich glaube es alles nicht, ey. Nee, das wird nix. Ich übertreibe gerade ein bisschen, Freunde. Ich übertreibe gerade ziemlich. Nein, nein. Äh, nee. Das ist gerade nicht. Wo kommst du denn schon wieder her? Oh, es reicht. Oh. Okay. Der da vorne, der muss jetzt mal echt weg. Ein Treffer und das Thema ist durch. Habt ihr das gesehen? Kann's nicht sein, ne? Oder bist du Arschloch der Gegner, der mir solche Schwierigkeiten macht? Ich hab gerade echt keine Ahnung. Könntet ihr denn mal das Ding hier einbringen? Würde ich sehr bevorzugen. Würde ich sehr bevorzugen. Würde ich sehr bevorzugen. Autsch. Ganz als sicher ist das nicht mehr witzig. Wenn der nicht so ein scheiß Damage machen würde. Ich glaub, das ist der sogar. Alter, ey. Könnte ich euch mal lassen. Egal. Was hast du? Hier, gib ihm den mal. Und wir haben gar nix. Wir stehen unter Bischof, pass auf. Großartige Treffer. Ne, dann gib mir Heilung. Ah, diese, seine Kumpels gehen mir auf den Sack. Ja, ja. Haben wir? Naja, haben wir nicht. Nein, wir haben nicht. Ich bin bereit. Jawoll. Aber das war noch nicht der scheiß dicke Bot. Wir können botzen. Tja, das hätte schlechter laufen können. Ich frag mich jetzt. Wenn das noch nicht der ganz dicke war, dann möchte ich nicht wissen, was der ganz dicke ist. Echt nicht. Das will ich denn wirklich nicht wissen. Weil die waren schon nicht ohne die Burschen hier. Fuck. Okay, ich speichere nochmal. Ich weiß nicht, welches Level der hat. Und wir haben auch nicht mehr viel Health. Noch zwei. Wieso ist da irgendwo eine Kiste? Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wirklich will hier. Tendenziell lieber nicht. Aber das Ganze sowieso irgendwann gemacht werden muss. Gucken wir jetzt mal. Level 15. Wir sind nicht allein. Ach, 20. Na gut. Wollt ihr da nicht lieber weggehen? Doch. Was ist das? Einen Arschloch, ey. Habe ich auch nicht vor gehabt. Wieso geht der nicht? Der wird mit Blips wahrscheinlich klarkommen. Verschloch! Oh mein Gott! Ja Ja Scheiß weg Wieso hat der jetzt aber mal wieder Kumpel? Arschloch Geben Heilung Warte mal was ich die ganze Zeit mache du Witzbeug Scheiße, Scheiße. Das hat mich so wirklich lange gehalten. Nicht so richtig. Scheißdreck. Warum ist das noch nicht bereit? Leck mich. Was haben wir zu? Sie versuchen es aus der Distanz. 13 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Wo willst du hin, Arsch? Mach ich. Oh, mein Bag ist getackt. Was raus? Alles klar. Weg da. Ich bin da schon weg. Ich versuch's ja gerade. Wenn der mir nicht gerade im Weg stehen würde, würde ich es glatt machen. Oh, Scheiße. Die mir Heilung. Warum hat die mir nicht Heilung gegeben? Mann. Hätte man machen können. Hätte man schaffen können. Problem ist relativ enger Kampf. Hier war nicht der letzte Speicherplatz. Das wage ich zu bezweifeln. Aber er, ach, das hatte ich irgendwo schon mal gelesen, dass er ein bisschen kacke ist hier. Dass er das auch immer so macht. So, einen Versuch machen wir jetzt noch. Und dann ist die Folge auch beendet. Und meine Aufnahme-Session für heute auch. Macht euch besser bereit. Bereiter als bereit geht ja gar nicht. Ich hätte ausweichen müssen. Jod, ey. Autsch, wie dumm war das denn wieder? Alter, Mann. Nee, noch einer. Ich versuch mal, die Gruppe zu ändern. Ich nehme mal herrn Pfann und zu Dämon mit. Und. Meine Heilerin. Mal gucken, wie gut das klappt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Mal gucken, wie gut das klappt. Alles klar? Und bitteschön! Alter, der hat auch nichts angezeigt. Aber auch wirklich gar nichts. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg da weg. Alter, der hat nichts angezeigt. Nicht einen fucking Angriff. Es reicht langsam, ne? Es reicht langsam, wirklich. Dann soll er den fucking Angriff auch wenigstens anzeigen. Ich muss mir mal das Ding da hinten holen. Scheiß Blitz-Arsch. Nein, noch nicht verraten. Warum machst du das, Bellara? Ach, komm. Raus da! Ah! Ich weiß. Ich weiß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1 2 3 3 4 7 8 10 11 12 13 Das ist ein ganzes Wettbewerb. ich weiß jetzt haben wir mal was neues jetzt ich hatte ihn mal nicht viel ausgemacht recht davon sagen darf ja ja Was ist das? Ich bin noch nicht so weit. 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 Das tut es nicht wirklich. Oh, fuck you! So schnell kannst du... Ja, dann heil mich! Kannst du nicht, ne? Dann mach mal bitte! Danke! Habe ich auch nicht vorgehabt. Wir müssen das... Oh, ach, boah! Danke! Ah, fuck you! Sie hat mich gerade geheilt! Das gibt es nicht! Leck mich, ey! Nee! Na gut, war jetzt nicht so lange, aber ich werde es jetzt nicht. Wir können es noch einmal wiederbeleben. Was soll das auch immer heißen? Ach, ich kann mich wiederbeleben. Das bedeutet das. Wusste ich gar nicht, dass es geht, aber es ist nice. Oh, dann heil mich! Los, heil mich sofort! In sieben Sekunden. Ja! Blöde Frage. Zwei Sekunden. Ja, dann mach! Ihr solltet mich heilen! Danke! Achtung! Das kannst du angriffen! Achtung! Puh! Haut! Ach, die Arschlöcher! Echt jetzt! Oh, da hab ich schon wieder voll auf die Fresse bekommen. Und ich muss 13 Sekunden durchhalten, was ich glaube ich nicht schaffen werde. Vier Sekunden und raus da! Null Sekunden. Mach! Danke! Das gibt es einfach nicht, ne? Immer noch nicht. Ich dachte, er wäre vielleicht schon Paraden, aber ist es nicht. Ah, da rauf du Arsch! Weg da! Oh, da habe ich der Blitzfall erwischt. Jo! Heilung, bitte! Ich komme auch nicht dazu, dass sie ihren... Dings! Da dürft ihr nicht bleiben! Da dürft ihr nicht bleiben! Brauchen! Nicht der Plan! Und da stand ich wieder mittendrin... dumm drinne! Wie dumm kann man sein, ey! Wie dumm kann man sein, ey! Danke für die Heilung! Wunsch! Töne! Wunsch! 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 Ja, das ist nur ein Teil! Ja, das ist wirklich für die Pflicht. Wunsch! Wunsch! Ja, ja, ich beeile mich ja schon, da wegzukommen. Na, immer noch. Der Combo ist parat, ja. Leichter gesagt als getan. Ja, ich bin on the way. Alter. Nicht gut. Das war's. Das dürfte es gewesen sein. Woher auch immer ich das Leben habe. Na, ist dann irgendwas hier nicht parat? Interessant. Ach, noch null Sekunden, sagt's es. Ich bin wieder Einsatz. Danke. Alter Schwede. Hartes Brot, ehrlich. Ist mir bewusst. Schreie. Was ist das? Was ist das? Oh, wie dumm war das denn jetzt? Heilung. Danke. So, komm her, Freund. Komm her, komm ran hier. Doch nicht. Ich dachte, verdammt. Ich nehme auch immer den Falschen, ne? Es ist zum Kotzen. Ich wollte den Dicken im Ziel haben. Und wen habe ich im Ziel? Irgendeinen von den Kleinen. Was uns nicht wirklich viel bringt. Es ist mir jetzt auch scheißegal, wie lange die Folge wird, sage ich euch. Ganz ehrlich. Vergletschern, aktivieren. Vergletschern, aktivieren. Ich dachte, meine Super-Weapon ist parat. Aber da kann ich mich auch täuschen. Ich frage mich immer, wie lange das dauert. Oh, warte mal eben. So, jetzt dürft ihr mal eben beide. So, und so. So, und so. Ja, ja, ich bin unter, unter. Ah. Übrigens, ich kann das hier. Ich kann das hier sehen. Ich bin da schon weg. Autsch, war klar, dass der Letzte mich erwischen würde. Nein, 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 Freundchen. Heilung, bitte. Ach, hau ab. Beide, ja. Halt. Jetzt. Scheiße. Scheiße. Beeindruckend wäre, wenn du mich jetzt nochmal heilst. Das wäre beeindruckend. Weil der hat nicht mehr so viel. Danke. Das fand ich jetzt beeindruckend. Ja. Oh, ich muss da weg. Ich weiß, dass ich da weg muss. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Noch nicht wieder parat. Ich bewege mich ja schon weg. Mehr als das kann ich nicht tun. Danke für den Hinweis. Und wieder aufs Maul. Alter, Schwede. Wir haben die erste Essenz des Streiters. Und ich muss sagen, das war ein hartes Stück Arbeit. Durch Werkzeugfähigkeiten. Hei, 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 das war hart. Ja, ihr Lieben. Knapp eine Stunde. Aber so ist es halt. Das gehört zu dem Spiel auch dazu. Ich schneide das jetzt einfach nicht. Das Hochladen wird jetzt einfach nicht dauern. Aber das macht nichts. Das macht rein gar nichts. Hm, 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 hm. Ja. Und, äh. Hauptsache, wir haben den ersten Streit erledigt. Wie hoch kommen wir denn jetzt hier? Wir zeigen, darunter ist das euer Scheißgernst. Äh, nee, irgendwo anders sind wir hier, oder? Nee, das sind wir nicht. Das sieht nur so anders aus, weil es hell ist. Na gut, egal. Ähm, ich beende die Folge jetzt. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tag, morgen, gegen eine Stunde, was wir noch machen. Danke für euch Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.